Erste Fotos, Eva Longoria präsentiert ihre Mini-Baby-Kügel. Schluss mit dem Versteckspiel. Schon öfter wurde Eva Longoria, 42, mit einem verdächtigen Bauchansatz gesehen und heizte damit die Gerüchteküche um eine mögliche Schwangerschaft an. Vor wenigen Tagen machte die Schauspielerin die Barbühne sein Offiziell und verkündete, dass sie einen Sohn erwarte. Jetzt hat sich die werdende Mama zum ersten Mal mit ihrer Mini-Baby-Kügel gezeigt. Paparazzi bekamen den Desperate Huse-Vives-Star in Miami vor die Linse. Auf einem Hotelbalkon genoss die Schauspielerin ein Frühstück mit ihrem Mann Jus Antonio Basto mit Akut N, 49, und einigen Freunden. Dabei wurde von den Reportern ohne Maki-Up und nur mit einem Bademantel bekleidet fotografiert. Kaum zu übersehen ist dabei die kleine Wölbung um ihre Körpermitte. Auf den Schnappschüssen, die der Daimai vorliegen, sieht die Baldmami jedenfalls sehr glücklich aus. Sie strahlt bis über beiden Ohren und kuschelt sich an ihren Ehemann, der beschützendsten Arm um ihren Rücken leckt. Nach der Hochzeit mit dem Medienmogel im Mai 2016 wollten noch nichts von möglichem Nachwuchs wissen. Immerhin war er frischgebackener Mann bereits dreifacher Vater. Mal sehen. Wir haben ja eine Familie, drei Kinder. Wir kümmern uns einfach um unsere Familie, die wir jetzt haben, und warten mal ab, erklärte der TV-Star. Tipps für Promiflas? Einfach E-Mail an, tips-at-promiflas.de